Mit Sicherheit gehört ihr auch zu den Leuten, die viel sitzend am Schreibtisch arbeiten, zocken oder allgemein Zeit verbringen. Für ein gesünderes Arbeiten eignet sich hier ein höhenverstellbarer Schreibtisch wie der Home Pro von Desktronic. In diesem Video gehe ich auf meine Erfahrungen ein, zeige die wichtigsten Features und natürlich auch die gesundheitlichen Vorteile. Und sollten dich derartige Videos wie Testberichte interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Ich würde sagen, wir starten zuallererst einmal mit dem Aufbau. Ich persönlich habe den Schreibtisch alleine aufgebaut. Das dauert dann so etwa 45 bis 60 Minuten. Zu zweit geht es auf jeden Fall einfacher und auch schneller. Ich würde sagen, etwa in einer halben Stunde. Die Anleitung ist schön verständlich. Alle Schrauben sind beschriftet und insgesamt ist der Zusammenbau wirklich super simpel. Persönlich finde ich noch sehr praktisch, dass die Löcher in der Tischplatte vorgebohrt sind. Und es gibt noch zusätzliche Kabelhalter für ein besseres Kabelmanagement. Machen wir als nächstes weiter mit der Verarbeitung und dem Design. Und hier ist auf jeden Fall die Qualität hervorzuheben. Die ist nämlich wirklich super gut. Das Gestell mit einem verstärkten Stahlrahmen ist in einem modernen Grau gehalten, das sich gut in viele Einrichtungsstile einfügt. Und die massive Eichenplatte, in meinem Fall 180 x 80 cm, sieht nicht nur hochwertig aus, sondern ist auch wirklich angenehm robust. Der Destronic Home Pro ist wirklich super stabil und extrem gut verarbeitet. Da wackelt nichts und die Details wie die abgerundeten Kanten gefallen mir wirklich sehr gut. Wählen könnt ihr euren Tisch übrigens in verschiedenen Varianten und Farben, sowohl beim Bestell als auch bei der Tischplatte und der Größe, je nachdem, was ihr persönlich benötigt. Kommen wir nun als nächstes einmal zu den Features, die den Home Pro besonders machen. Und das ist zuallererst die Tragkraft von ganzen 160 kg, die der Schreibtisch heben kann. Ideal also, wenn ihr zum Beispiel schwere Monitore oder anderes Equipment auf dem Schreibtisch platzieren möchtet. Außerdem gibt es drei speicherbare Höhenstufen. Man kann also ganz einfach zwischen verschiedenen Einstellungen wechseln, zum Beispiel für das Arbeiten im Sitzen und im Stehen. Die maximale Höhe beträgt 128 cm, die niedrigste 63,5 cm. Natürlich ist der Schreibtisch auch mit einer Anti-Kollisionsfunktion ausgestattet. Das bedeutet, wenn er beim Hoch- oder Runterfahren auf ein Hindernis stößt, stoppt er automatisch. Für Haushalte mit Kindern gibt es außerdem eine Kindersicherung, sodass der Tisch nicht versehentlich verstellt werden kann. Schön schnell mit 50 mm pro Sekunde ist er übrigens auch vom Sitzen zum Stehen in gerade einmal 6 Sekunden. Mehr oder weniger das Herzstück eines höhenverstellbaren Schreibtisches ist aber natürlich das Steuerelement. Und dieses ist in diesem Fall simpel und macht genau das, was es soll. Ihr habt drei Touch-Tasten für die Speicherhöhen, die ihr individuell programmieren könnt. Dazu gibt es die Möglichkeit, die Höhe stufenlos manuell einzustellen. Auf dem LCD-Display wird dann die aktuelle Höhe angezeigt. Und die Höhenverstellung läuft dabei schön leise und gleichmäßig, was ich besonders angenehm finde, da es den Arbeitsfluss nicht stört. Praktisch ist außerdem der integrierte USB-C-Anschluss, nämlich einmal ein USB-A als auch ein USB-C-Anschluss mit Schnellladefunktion. Ihr könnt euer Handy oder andere Geräte also direkt am Schreibtisch aufladen. Was wirklich praktisch ist, da der Schreibtisch sowieso mit Strom versorgt wird, ist das dann natürlich eine sehr clevere Lösung. Doch warum ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch eigentlich sinnvoll? Der größte Vorteil von einem höhenverstellbaren Schreibtisch ist, dass man zwischen Sitzen und Stehen beim Arbeiten wechseln kann. Gerade wenn man mehrere Stunden am Tag arbeitet oder zockt oder ähnliches, ist das ideal für die Gesundheit und beugt so auch Rückenschmerzen vor. Ich persönlich finde es einfach praktisch, dass ich nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen arbeiten kann. Dieser Wechsel tut irgendwie gut. Man kann sich mal so ein bisschen bewegen, ein bisschen strecken. Und am Ende ist es auch nicht nur gut zu stehen, sondern der Wechsel von Position macht da dann den Vorteil. Und natürlich muss man an einem Schreibtisch nicht nur am Computer arbeiten, wenn man zum Beispiel handwerklich arbeitet, zeichnet oder ähnliches. Dann ist es natürlich ebenfalls super praktisch, dass man die Position entsprechend einstellen kann und hier dann eben stufenlos genau die Höhe wählen kann, die man zum Arbeiten benötigt. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit vom Desktronic Home Pro. Und dieser ist ein hochwertiger, stabiler Schreibtisch, der durch seine vielen Features und die einfache Bedienung überzeugt. Besonders die Speicherhöhen und die Antikollisionsfunktion machen ihn sehr alltagstauglich und sicher. Wenn ihr nach einem langlebigen, höhenverstellbaren Schreibtisch sucht, der eure Gesundheit und Produktivität unterstützt, kann ich euch den Home Pro definitiv empfehlen. Gerade da ich selber schon seit vielen Jahren höhenverstellbaren Schreibtische im Alltag nutze. Und jetzt noch ein Tipp für alle, die sich bei Desktronic einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder auch anderes Zubehör zulegen möchten. Denn es gibt bereits jetzt schon einen Black Friday Deal bis zu 50% auf das komplette Sortiment. Und mit meinem Code Nils könnt ihr noch einmal zusätzlich ganze 25 Euro auf den gesamten Einkauf sparen. Wenn ihr sowieso schon mit dem Gedanken gespielt habt, euch einen höhenverstellbaren Schreibtisch zuzulegen, dann ist jetzt auf jeden Fall die beste Zeit dafür. Schaut mal bei Desktronic vorbei, da gibt es unter anderem auch Bürostühle und anderes Zubehör wie Monitorhalterung oder Schubladen. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass ich euch hier einen ganz guten Überblick über die wichtigsten Funktionen des Desktronic Home Pro geben konnte. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Erfahrungen mit höhenverstellbaren Schreibtischen mal unten in die Kommentare. Verwendet ihr selber schon einen. Würde mich sehr interessieren und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne kostenlos ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!